Willkommen Zu der zweiten Episode von The Walking Dead Season 1 Wir haben gesehen, also die Rückblick gesehen Und anscheinend spielen wir jetzt drei Monate später Bringen wir mal den Zombie um Wie geht es diese Zeit? Es sieht aus wie ein Räppchen Ach so, das ist eine andere Räppchen verloren Ich kann noch nicht glauben, dass wir alle diese Kommissary-Füße in drei Monate Es war so viel bei der Zeit Vielleicht sollten Sie nicht die Tür öffnen? Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich ein Räppchen geben Wenn ich die Räppchen für die Räppchen die letzte Nacht Ich dachte, sie wird meine Hand nehmen Wir sind alle auf den Boden Wir sind alle auf den Boden Wir sind alle auf den Boden Ja, du bist richtig Ich wünschte, wie viel Essen wir haben Wie läuft das? Sie müssen sie fragen auf Lillie Sie ist diejenige, die dieのは die Räppchen Oder Sie lassen sich dieσω wenn du keine Frage Sie fragen, dass er nur何 bei der Baby erneut wird Ich glaube, ichmals auch keine Clementine Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück hat wie wir hier aus Hier ist? Ich warte es ist Ja Ja, zwischen dem Essen und dem Kenney und Lilly kämpflich immer, Dinge sind ziemlich intensiv nach dem Motor Inn. Kenney hat gesagt, wenn er das R.V. geht, wenn er das R.V. geht. Ich glaube, dass wir als Gruppe stärker sind. Ich weiß nicht, was wird passieren, wenn wir uns zerstören. Ich kann ihn nicht verraten. Du hörst, Larry, auf ihn auf ihn letzte Nacht? Wir sehen uns die O.G.s deal. Er sieht, dass er ein Problem mit dir hat. Okay. Stimmt. Da war ich sehr wütend. Okay, also... Dieser Mark? Wie heißt er? Kennt diesen Mark? Schweigen wir mal. Ist besser. Ah! Loser! Was ist das, Kenny? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm schon! Oh, muss ich jetzt laufen? Oh, machst du selbst. Gut! Bei Quick Time Events bin ich tot. Ich habe auch den falschen Controller, merke ich gerade. Ah! 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 Geld 10! Schatten wir uns. Wir müssen helfen, ich habebres. Ich sagen, wir müssenadomo, wir gehen! Wir funktionieren, wir stehen! garanti kommt davon ab. Okay. Uh-oh. The zombie's flying. He's got so much blood already! Please hurry up! Lee, do something! Please! Get me out of this! Please, hurry! Oh Jesus, those things are gonna be here soon! Fuck! Hurry! This can't be happening. Let's go! Let's go! Why is this happening to us? Come on! Try something! Oh, Lee, it has to be now! There's gotta be another one! Forget who's so much blood! You're not cutting through there! You have to get him out! You have to! Dammit, Lee, just cut off his fucking leg! We don't have time for that! I'm sorry, but we have to go! Now! Now, now, now! Try the trap again! Anything! Please! Please! Can't keep them back forever! Fuck that! I'm just wasting ammo now! We gotta go! Oh, God! There's so many of them! Oh! Oh! Oh,'s烈 as if urness is willing! Oh! Our turn! Oh... 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 Traumatisiert fürs Leben! Oh! ... Yes, don't you're alive! Grab ihn und los geht's! Kommt! Travis! Kommt, komm, wir müssen loswerden! Kommt, der Special Forces! Ah, super! Einen freigehaxet, andere verloren! Klasse! War ja erfolgreich! Ja, schön machst du das, Larry! Episode 2 Hunger und Hilfe! Aber schön macht Larry das, oder? Ja, wunderschön! Bum bum! Ach Mädel, mach doch kein Kroch! Das ist nicht gut! Ruhe vor dem Sturm! Wenn du mich abknallst, Alter, werde ich böse! Geben! 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 Wir haben uns, sterben! We are! Lee, bist du okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Kat! Can you fix him? Jesus, Ken! Lee! I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey! He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group. Right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no? Fine. You guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group. But we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. But now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Those people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence. But sooner or later, you're gonna have to decide whose side you're on. Yeah, I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? You think this is easy for me? Everyone's starting to hate me because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? I'm not doing it tonight. You do it. There's today's food rations, but there's not enough for everyone. Good luck. Ich hätte es auch von Anfang an gemacht. Das ist aber eine blöde Entscheidung. Was haben wir denn? Natürlich. Verständlich. Wir haben das Hotel ganz schön... Das Motel. Ganz schön zusammengeflickt. Sie hat gesagt, ich soll gehen. Okay, da komme ich zu denen. Fußball. Naja, ist aber auch nicht so toll. Das ist aber auch nicht so wichtig. Ich bin schon so schwer. Ich habe das schon ein bisschen verletzt. Was willst du? Ein Handout? Ich habe 60 Cent in meinem Pocken. Wenn du aufhören und zu stoppen, bist du so ein Pansy. Hey, du wirst dich nicht gut, Lee? Ich habe ziemlich verletzt. Ich habe das Knie aus dem Mann. Ja, ich hoffe, Kadja kann erlangen. Oh, die kann jaaaaaa... Du darfst gehen Wie ist das denn? Ich gebe mal die Axe. Weil er nur fragt hat. Ja, du bist aber schon immer cranky. Du musst mit Lilly sprechen. Lilly kann seine eigenen Freunde machen. Es geht nicht um Freunde zu machen. Wir sind alle zusammen. Wir müssen uns als das anfangen. Wir müssen alles anfangen. Wir würden das nicht ohne dich sein. Wichser. Okay, der kriegt ja nichts zu essen. Aber dann vielleicht... Das Lilly mich sauer als ich auf... Also sauer wird auf mich. Das ist mir wurscht. Gut. Ich hoffe, ich finde den Hut besser als die Batterien in Episode 1. Äh... Reden wir mal mit dem. Wir können ja... ihn sterben lassen und dann grillen. Ja. Ja. Ich bin Ben. Ben Paul. Der Mann du hast ist Mr. Parker. Der Banddirektor bei meiner Schule. Wir alle kamen von Stone Mountain für die Playoffs. Wenn... 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 Everything happened. Shit hit the fan. Ja. 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 Oh, jetzt legt sich der Kader auf den Fuß. Ja. 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 Reden wir aber mit ihr.